In diesem Video werden wir besprechen, ob es sich lohnt, im Abitur zu spicken. Was geht ab Abiturathleten? Mein Name ist Leo Eckl und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abitur-Prüfungen zu deinem Traumnotenstück kommst. Und heute mal mit einer etwas brisanten Frage. Sollte ich im Abitur spicken? Oder kann ich im Abitur überhaupt spicken? Denn ich bin jemand, der gerne mal gespickt hat. Ich habe mir nie gedacht, oh, das ist ja unfair den anderen gegenüber. Sondern ich habe mir einfach nur die Frage gestellt, wie kann ich das Beste aus dieser Prüfung rausholen? Und wenn ich bei einer Frage weiter weiß und gerade der Lehrer nicht hinschaut und nicht zum Nachbarn rüberschauen kann und so noch einen Punkt mehr mitnehmen kann, mache ich das natürlich. Deswegen werden ja die anderen Leute nicht schlechter benotet. Und dann habe ich mir gedacht, kann ich das auch im Abi machen? Und der Punkt ist der, warum ich dir gleich von vorne weg davon abraten möchte, ganz klar abraten möchte, im Abitur zu spicken. Ist einfach der Punkt, dass zumindest bei uns in Bayern, ich weiß nicht genau, wie es für jedes andere Bundesland ist, aber du fällst einfach durch. Wenn du spickst und du erwischt wirst, kriegst du neue Punkte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du mindestens einen Punkt in jedem Abiturfach brauchst, um das Ganze überhaupt zu bestehen, dass es eine der acht Hüten oder so, die es da ergibt, ist. Und dass du deswegen, wenn du erwischt wirst, einfach sofort raus bist und im Prinzip die 12. Klasse wieder komplett von vorne machen musst. Und das will natürlich keiner. Deswegen ein ganz wichtiger Punkt erstmal, ich würde es einfach nicht machen. Aber natürlich kann man sich es trotzdem überlegen. Die Frage ist natürlich erstmal, kann ich denn im Abitur überhaupt spicken? Und da muss ich sagen, es ist auf jeden Fall etwas schwerer als in den meisten Klausuren. Aber, jetzt nur aus meiner Erfahrung, ich kenne natürlich nur meine Abiprüfungen, wir haben beispielsweise in unseren Kunsträumen geschrieben, vielleicht mit so 30 Leuten drin, und dann war der Sitznachbar vielleicht so, war vielleicht zwischen Ende des eigenen Tisches, Anfang des anderen Tisches vielleicht einen Meter Platz, ja. Also schon nicht so, wenn du nebenan sitzt, aber du könntest auf jeden Fall was lesen, wenn du es drauf anlegst. Ist natürlich auch dementsprechend schwieriger. Und die Lehrer sind natürlich auch viel stärker drauf aus, zu gucken, ob wirklich alles nach dem Rechten läuft. Heißt jetzt beispielsweise in der normalen Klausur. Aber auch, wenn die Lehrer natürlich vollkommen konzentriert sein sollten und das auch über die gesamte Zeit der jeweiligen Abiprüfung, sind es auch nur Menschen. Und stell du dir vor, du machst schon 30 Jahre diesen Job und jetzt sitzt du in deiner 17. Abiprüfung, wo du Aufsicht halten sollst, dann gehen es in drei Stunden rum, alle arbeiten konzentriert. Dann denkst du dir irgendwann auch so, ja, was soll ich da jetzt noch kurz kontrollieren. Und deswegen würde ich sagen, so die Zeit so nach zwei Stunden bis so bis halbe Stunde vor Ende. In dieser Zeit werden die Lehrer auch oft ein bisschen, ja, müder, sind nicht mehr so fokussiert. Also da kann es auf jeden Fall Möglichkeiten geben zu spicken. Ihr sollt euch aber unbedingt der Gefahr bewusst sein. Und es ist natürlich wirklich, wirklich fraglich, ob dieser eine Punkt, den du eventuell und auch nicht mal sicher mit diesem einen Versuch zu spicken bekommst, ob der es lohnt, ob der es wirklich lohnt, dass du die Gefahr läufst, dass du das ganze Schuljahr nochmal machen musst, ja. Deswegen, ganz, ganz heikle Situation, meine Meinung ist ganz fair, macht es nicht. Die Frage ist auch, warum willst du es überhaupt machen? Da lernst du lieber davor, bist konsequent, glaubst an dich und fokussierst dich auf deinem Blatt, machst eine Aufgabe nach der anderen und ziehst es richtig gut für dich selber durch. Und so gewinnst du auch viel mehr, als wenn du überhaupt im Kopf hast zu spicken. Weil auch das ist wieder natürlich eine Ablenkung, ja. Wenn du dir einfach sagst, ich werde nicht spicken, ich konzentriere mich auf meine Sachen, ich glaube daran, dass ich es schaffen kann, ich mache Aufgabe für Aufgabe, ich ziehe das Ding durch und dann werde ich eine richtig gute Note haben. Dann arbeitest du fokussiert, bam, 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 bam und dann haut es auch hin. Wenn du aber denkst, oh ja, ich kann dir auch spicken, das ist im Vorhinein schon mal so, ich muss ja nicht ganz alles wissen, ich komme auch so irgendwie durch, was schon mal kacke ist. Und auch in der Prüfung selbst ist es dann natürlich so, dass du dir ja denkst so, okay, ich komme da jetzt gerade nicht ganz weit, ich gucke einfach rüber, anstatt selber diese Aufgabe bis zum Ende durchzugehen und wirklich zu überlegen, auch wenn es hart ist, dann vielleicht, okay, wie könnte ich das machen, wie könnte ich das machen, fällt mir da auch irgendwas ein, wie kann ich einen kreativen Weg nehmen. Und deswegen würde ich ganz klar empfehlen, auch für deine eigene Note, ja, dass es sogar im Prinzip für deine eigene Note besser ist, wenn du gleich sagst, ich werde nicht spicken und deswegen meine ganz starke Empfehlung, mach es nicht, fokussiere dich auf dich selber, wird dir am allermeisten bringen, du musst dir keine Gedanken machen, dass irgendeine Kacke passiert. Ich meine, stell dir mal vor, du wirst spicken und dann wirst du erwischt, du musst alles wieder von vorne machen. Das ist, glaube ich, die höchste Demotivation, die man bekommen kann, deswegen bleib auf deinem Blatt Papier, du schaffst es auch allein, du bist krass genug und ich hoffe, dass ihr so einfach den entscheidenden Fokus in der Vorbereitung und in der Prüfung für euch habt und deswegen haut rein, ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen, denkt immer daran, wie es ist, wenn du wirklich diese Abi-Prüfung richtig geil crusht. Ich traue euch allen zu, euer Leo. Ich traue euch zwar nicht, aber Musik wird... Untertitelung des ZDF, 2020